Moin moin liebe Chorklasse. Noch eine kleine Wiederholung zu echten und gemischten Brüchen. Ihr wisst ja, dass das hier ein Viertel ist. Das hier sind dann zwei Viertel, das wären drei Viertel und die ganze Pizza wären vier Viertel. Wie sähen denn fünf Viertel aus? Das müsste ja eigentlich noch weiter gehen. Also nach vier Viertel kommt fünf Viertel und das wäre, wenn hier noch ein weiteres Viertelstück dazu käme. Das wären dann fünf Viertel. Eins, zwei, drei, vier, fünf Viertelstücke, also fünf Viertel. Und das ist ja dasselbe, diese fünf Viertel, wie wenn ich eine ganze Pizza nehme und noch ein Viertel dazu tue. Also eine ganze Pizza, eine große Eins und ein Viertel dazu. Das ist das gleiche. Ob ich fünf Viertel mache, das wäre ein echter Bruch oder ein Einviertel als gemischten Bruch. Okay? Wie können wir ein zweites Beispiel machen? Nehmen wir mal als Drittel. Was wären denn acht Drittel? Können wir das auch in einen gemischten Bruch umrechnen? Naja, erstmal ist das ja mehr als eine ganze Pizza, denn hier der Zähler ist ja größer als der Nenner. Eine ganze Pizza wären ja drei Drittel. Und da passen sogar zwei ganze Pizzen rein. Sechs Drittel. Drei ganze Pizzen wären neun Drittel. Das ist es nicht ganz. Es ist hier nur acht Drittel. Aber ich habe schon mal zwei ganze Pizzen. Und ja, wie viel bleibt noch übrig dann? Sechs Drittel, wie gesagt, sind zwei ganze Pizzen. Ich habe aber acht, also noch zwei Drittel kommen dazu. Okay? Also man schaut einfach immer hier oben in den Zähler, wie viele von meinen, ob es jetzt Drittel oder Viertel sind, aber wie viele von meinen Stücken habe ich denn insgesamt? Oder wie viele ganze Pizzen habe ich insgesamt? Und hier sind es eben zwei, ne? Weil die sechs ist das größte Vielfache, was da reinpasst. Naja, und sechs durch drei sind halt zwei. Und dann bleibt noch der Rest übrig, nämlich diese zwei Stücke, die noch übrig bleiben, bis zu acht. Okay? Lass uns das mal umgekehrt machen. Wir können ja mal versuchen, einen gemischten Bruch in einen echten umzuformen. Nehmen wir mal Siebtel. Machen wir mal sechs, zwei, Siebtel. Das jetzt umformen in einen echten Bruch. Gut, es geht anscheinend um Siebtelpizzen. Die Pizzas hier sind anscheinend in sieben Teile zerlegt worden, ne? Weil da Siebtel steht. Okay, eine Siebtelpizza wären ja sieben Siebtel. Zwei Pizzen wären schon 14 Siebtel, ne? Drei Pizzen wären 21 und so weiter. Ich habe sogar sechs ganze Pizzen, ne? Die große sechs heißt ja, ich habe sechs ganze. Okay, und das, wenn ich sechs Pizzen habe und die alle in Siebtelstücke sind, dann macht das ja schon 42 Stücke, ne? Denn sechs Pizzen mit je sieben Stücken rechne ich sechs mal sieben. Also das ist die große Zahl mal den Nenner. Macht 42. Habe ich 42 Siebtelstücke? Ne, ich habe ja diese zwei habe ich ja auch noch. Und da kommen noch zwei Siebtelstücke dazu, ne? Also sind es insgesamt 44 Siebtelstücke. Noch ein Beispiel für Umrechnung eines gemischten Bruches in einen echten Bruch. Machen wir mal fünf Sechstel. Okay, diesmal sind es Sechstelpizzen und davon habe ich fünf Stück. Macht schon mal 30 Stücke. Und zwar Sechstel, ne? Die Sechstel kann ich schon mal hinschreiben, denn es geht ja um Sechstel. Aber wie viele Sechstel sind es? Ähm, das sind schon mal 30, denn fünf ganze Pizzen mit sechs. Mit Sechstel Stücken macht 30 Stücke. Und dann kommen noch fünf dazu. Also 35 Sechstel. Okay? Also gemischter Bruch, echter Bruch oder auch umgekehrt. Echter Bruch und gemischter Bruch ist immer das Gleiche. Aber mal das eine von Vorteil, mal das andere. Besser rechnen kann man mit echten Brüchen, ne? Wenn es dann nicht diese große Zahl gibt. Aber was darunter vorstellend, kann man sich immer besser untergemischen, oder? Da weiß man, okay, da sind zwei Ganze und dann noch zwei Drittel. Oder hier sind es fünf Ganze und dann noch fünf Sechstel. Je nachdem, was man besser braucht, ist das eine oder das andere besser. Gut, viel Erfolg. Tschüss!